Ja, und da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge von Factorio. Ich habe das letzte Mal festgestellt, dass uns noch Lasertürme fehlen und die müssen wir uns mal eben hier holen. Oh, da war ein Stein. Da war ein Stein. Ich hoffe mal, dass wieder ein paar produziert wurden, die wir uns mitnehmen können. So, das läuft hier auch ganz gut. Wir haben mal wieder keinen Kunststoff. Kein Problem. Kein Problem, kein Problem. Lasertürme, Lasertürme. Oh, 14 Stück, das ist schon mal gut. Was habe ich denn noch? Ein Solar? Ja, okay, das ist auch gut. Ich hole mal eben noch Kunststoff für die Brüder da vorne. Und die noch ein bisschen weiter produzieren. So, und die Aliens, die kommen hier wie verrückt. Ah, Kunststoff, genau. So. Und dann fahren wir wieder hoch. So. Lasertürme. Ja, am Eingang vielleicht rechts und links, so. So, das sollte erstmal genügen. Da können wir auf jeden Fall sehen, ob das passt oder ob wir da noch irgendwie ein bisschen nachrüsten müssen. Das sehen wir dann. Achso, was ich direkt mache, bevor es dunkel wird, hier überall noch eine Lampe hinsetzen. Ein Lämpchen fürs Licht. Hier reicht jeder Zweite. So, ähm, genau. Was wollte ich gucken? Ich wollte gucken, was sagt der Strom? Wir haben 1,3 Giga Joule anliegen. Das ist schön. Mal gucken, ob das ausreicht für die ganzen Lasertürme oder ob wir da aufrüsten müssen oder wie auch immer. Äh, so. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Äh, ach, ich brauche ja noch 5 Ölförderer. Kann ich die bauen? 4 Stück kann ich bauen. Ach, Mist. Da fehlt der Stahl. Egal, 4 Stück reichen auch erstmal. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Ich höre es hier als nur geht wieder alles kaputt hier unten. Hier wieder nichts Neues. Egal, da müssen wir dann vielleicht nachher auch mal hier unten so ein bisschen die Aliens kaputt machen. Damit die uns hier nicht die ganze Zeit auf die Nerven gehen. So, äh, wie baue ich das jetzt? Ja, jetzt bin ich schon wieder überfragt. Ja, das ist schon wieder, äh, zu viel für mich. Ich würde sagen, wir fangen an, indem wir, äh, hier unsere... ...kleine Produktionslinie bauen. Drei Stück würden, ich denke mal, das wird ausreichen. So, das heißt Rohölfass befüllen. Hier auch Rohölfass befüllen und hier auch Rohölfass befüllen. Mh, das machen wir so, so und so. Dann können wir das alles verbinden. Also, wie gesagt, diese ganze Rohölförderung hier mit, ähm, mit Zug ist auch ein Neuland für mich. Aber ist auch mal cool, sowas rauszufinden, ja. Einfach mal auszuprobieren, wie das so funktioniert. Mh, ich denke, das können wir hier so machen, dass wir das mit einer Kiste ausleeren. Und hier die Rohölfässer reinmachen. Okay. So, äh, Ölförderer, 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 da sind sie. So, erstmal mit die vier Stück. Hier brauchen wir einen unterirdischen. Hier auch. Hier auch. Und dann machen wir das so, dass wir hier ein nach oben gehen. Und dann machen wir hier auch einen unterirdischen hin. So, wir könnten natürlich auch schlau sein. Und ich ziehe die direkt bis vorne hin, wo sie hin müssen. Aber, warum sollte ich das machen? Das wäre ja Arbeitserleichterung. So. Den können wir dann auch direkt bis hier hin ziehen. Und dann machen wir hier einfach eine, 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 eine Linie hin. Und dann, zack, äh, einen Puffer würde ich gerne noch dazwischen machen, ja. So ein kleiner Puffer wäre schon was feines. Da fehlt uns jetzt, dieser verdammte Stahl fehlt schon wieder, ja. Immer dieser Stahl. So, die arbeiten jetzt. Die dürften dann theoretisch jetzt auch anfangen zu arbeiten. Und ich weiß nicht, wie viel füllen die da rein? 25, ja. 25, okay. Okay, das verstehe ich nicht so ganz, ja. Was das hier heißt. Da unten steht 2,8 von 25 mal Rohöl. Hm. Muss ich das verstehen? Weiß ich nicht, ob ich das verstehen muss. Auf jeden Fall müssen wir die Dinger wieder ausladen. Und zwar nehmen wir uns dafür wieder Fließband. Ähm, ah Mist, jetzt kann ich die gar nicht hier, muss ich die hier dazwischen ausladen. Ups. Ups. So. So, so und so. Rohölfass, okay. Okay. Ja, dann macht mal Rohöl, bitte. Ich, äh, werde mal ganz schnell nochmal zurückflitzen müssen. Ähm, weil ich würde gerne noch Stahl holen, weil wir brauchen auch noch Fässer. Hm. Moment mal. Moment mal. Leute. Wir können doch hier einfach easygoing, äh, die Fässer herstellen, oder nicht? Wir haben doch Eisen hier oben. Wir haben doch hier, wo haben wir denn Eisen? Da haben wir Eisen. Hier können wir doch so eine ganz winzige Stahlproduktion rausbauen, oder nicht? So mit zwei Öfen. Obwohl, brauchen wir das? Also ich, ich gucke mal, ähm, wenn man die Fässer wieder ausleert, ob ich dann, ähm, das Fass zurückbekomme. Weil dann müssen wir das hin und her schicken, das Fass, das wäre dann sinnvoller, als da jedes Mal neu zu bauen. Ähm, so, Stahl. Hier was vom Band geklaut. Hier auch was vom Band geklaut. So, dann haben wir jetzt wieder Stahl. Äh, können noch einen Rohölförderer machen. Können auch noch zwei, drei, vier Öltanks machen. Können dann auch, ähm, Öfen, 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 Öfen. Öfen brauche ich dann auch mal eben. Da brauchen wir Stein für. Stein haben wir hier. So. Dann machen wir uns auch noch ein paar Öfen. Ähm, mhm, mhm, mhm. So, ich werde noch gerade einen Schluck trinken, während ich nach oben laufe. So, und die ist auch fertig. Ein Star, dam dam dam. Ähm, so. Ähm, jetzt können wir rein theoretisch noch einen Haufen Fässer herstellen. Und was war das, was ich eben bauen wollte? Jetzt habe ich es tatsächlich... Ach ja, genau. Äh, hier die... Die, 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 die... Da, Öltanks. So, dann haben wir hier auch was vorrätig liegen. Okay, dann können wir hier noch den Ölförderer, den wir gerade noch gebastelt haben, mit anklemmen. Das machen wir hier. Und so. So. Und so. So. Sehr schön. Dann füllt sich das Ganze jetzt hier. Und wir können hier Ölfässer reinpacken. Können sich die wieder rausschnappen. Das wird natürlich jetzt auch leer gesaugt hier. Wie verrückt, ne? Aber... Aber ist nicht ganz so schlimm. So. Also, das läuft hier schon mal. Wir haben jetzt hier ein bisschen Pufferspeicher. Wenn das jetzt hier wieder, äh, voll ist. Beziehungsweise, wenn die nicht arbeiten, dann wird das alles gelagert. Und wir haben immer was vorrätig. So. So, die letzten Fässer noch hier draufschmeißen. So. Alles klar. Jetzt kümmern wir uns um den Bahnhof. So, jetzt muss ich mal gerade schauen hier. Also, es gibt hier Zughaltestellen. Da baue ich schon mal zwei Stück von. Dann baue ich auch mal zwei Zugvorsignale. Und noch zwei andere Signale. Keine Ahnung. Aber was ich mal eben mache noch hier ist, ähm... Ja, die, 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 die. Ah, wo setze ich das jetzt am blödesten hin? Hier so. Hier. Und dann hier vielleicht. Ich würde es nicht gerne so nah am Rand setzen. Weil es kann dann sein, dass die kaputt geschossen werden. Und das, äh... Wäre ein bisschen doof. So. Das heißt, wir machen hier ein bisschen Solarfeld weg. Wie weit grabt das bis hier hin? Also müsste ich das hier ungefähr... Hier, wenn ich das hier so hinbaue, hier so... Da in die Akku, in das Akku fällt. Da, 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 da. Dann müsste der das da oben... Genau, so hat er jetzt alles... Alles im Blick. Okay. Gut. Hier noch so zwei, drei Akkus hinsetzen. So. Ähm, ja. Wir haben das jetzt verbunden. Was wir allerdings noch brauchen, ist, ähm... Oh. Hm, 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 hm. Reparatur-Kids. Und Roboter nachher auch noch. So, das wird jetzt vollgepumpt. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen Roboter und wir brauchen... Naja, Roboter. Ich hole erstmal Roboter, damit das repariert wird, damit hier nicht... Äh, die Sachen noch Schrott gehen. Eigentlich nur ein paar Bauroboter, so zehn Stück sollten eventuell reichen. Oder ruhig ein paar mehr, 20, weil da werden auch ab und zu mal ein paar abgeschossen. Nicht, dass wir dann irgendwann zu wenig Roboter haben. So, haben wir hier irgendwo Roboter drin, die ich klauen kann. Hallo, Roboter. Wo seid ihr? Hier drinne? Nee. Hier drinne? Nee. Hier. Hier. Hier unten. Hier vielleicht. Hier hinten. Vier Stück sind da drin. Ja, toll. Hier oben. Hier unten. 48 Logistikroboter. Ah, alles klar. Vier Bauroboter. Wo sind ja meine ganzen Bauroboter? Da hinten sind 30 Stück. Da war ja eigentlich klar, dass die hier hinten sind. So, dann nehmen wir uns mal hier 23 Stück mit. Dann haben wir hier irgendwo noch eine Fabrik, die genau hier. Nehmen wir uns hiervon noch ein bisschen was mit. Ruhig, alles können wir danach produzieren. Und dann können wir da oben auch so ein bisschen die Verteidigung hinpflanzen. Wo ich da gerade mein Headset richten. So. Ölstrom hat das Ding eigentlich noch. Weil es verbraucht ja fast gar nichts hier. Das ist ja cool. Sparsames Auto. Elektroauto müsste man auch noch einführen hier. Oh, ich bin gerade irgendwo gehen gefahren. Ist ja jetzt schwer im Kommen hier mit Elektro und so. So, äh, hier machen wir was rein. Dann Bauroboter. Zack. Dann machen wir hier was rein. Und hier unten noch ein bisschen so. Zack. Dann haben wir das auch erledigt. Vielleicht noch eine Lagerkiste, wo wir unsere restlichen sechs Lasertürme reinschmeißen. Macht vielleicht Sinn. Und so ein paar Mauern. Dann kann das aufgebaut werden, wenn mal was kaputt gehen sollte. Hier noch so ein bisschen was, falls das kaputt gehen sollte. So. Und dann brauchen wir einen Bahnhof. Ah, jetzt wird's kriminell. Ne, ich muss den... Ja, doch. Der kommt hier rein gefahren. Dann muss ich irgendwo einen Bogen machen. Hm, diesen Bogen. Machen wir so. 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 Das ist im Weg. So. 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 So, und jetzt habe ich ein Problem. Weil das hier alles im Weg ist. Okay, das funktioniert also nicht. Das geht nicht. Das müssen wir mal anders bauen. Na, komm her. Können die nicht eigentlich einfach in den Bahnhof rein und wieder raus fahren? So. Nach vorne rein, nach hinten raus. Okay, das heißt... Das reißen wir hier nochmal ab. Ähm, Mist. Würde gerne den Bogen hier irgendwie hin platzieren, ja. Dann kann ich das eigentlich nicht verbinden. Ach, da muss, glaube ich, so ein Stück... 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 Stück Rohr, wollte ich sagen. Das ist auch verkehrt hier. Ähm, so... Ne, das ist auch verkehrt. Ähm... Ah, Mist. Hm, 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 hm. Okay, wir machen es anders. Wir machen das jetzt so. Wir kommen jetzt hier hoch. Und zwar von hier. Gehen bis hier hin. Und dann mache ich jetzt den Kreis. Und wenn da Solar im Weg ist, dann kommt das Solar weg. So einfach machen wir das jetzt. Okay, das kann ich nicht verbinden. Weil da muss ein... Schienenstück zwischen. Und dann kann ich das verbinden. Ah, ja. Genau, okay. Und das kann ich direkt verbinden. Und hier muss dann wieder ein Schienenstück zwischen. So. Und das kann ich direkt verbinden. Und hier muss ich... Zwei, drei Solarpenals wegmachen. Was nicht schlimm ist. Und dann kann ich hier... Schräge Schienen bauen. So. So, 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 so. So. So, so, so. So. Ähm, und dann muss ich hier... So machen. Und das noch verbinden. So. Und dann das hier noch verbinden. So. Jetzt habe ich hier doch so einen... Hier wäre dann der Bahnhof. Und hier könnten sie dann wieder zurückfahren. Das weiß ich gerade nicht. Wie muss ich das hier bauen? Kann ich das hier... Den setzen wir erstmal kurz in die Seite. Der kommt hier hin. Und dann gehe ich hier runter. Die zwei Dinger müssen weg. So, dann bin ich hier draußen. Kann ich hier Tore bauen? Ach ja, man kann Schienen... Oh, klasse. Klasse, man kann Schienentore bauen. Mein Lager wird gerade zerstört. Kein Problem. Immer wieder gerne. Ich bin für alle Neuerungen offen. Macht ruhig kaputt, was ihr kaputt machen könnt. Scheiße, ich glaube, ich muss da runter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, hier oben ist noch nicht die gute Munition angekommen. Bei den... Ach nee, hier war es. Hier ist es. Vielleicht sollten wir hier auch umswitchen auf verbesserte Munition. Was brauchte man da denn nochmal für Kupfer und Stahl? Stahl können wir hier ja bauen. Das ist nicht das Problem. Kupfer kriegen wir auch bestimmt irgendwo her. Das können wir dann in einer der nächsten Folgen mal in Angriff nehmen, dass wir da... Ja, auch verbesserte Munition dann haben. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier schon mal so eine Schlaufe gelegt. Und jetzt überlege ich gerade... Haltesignale brauche ich jetzt. Hier ist ein Haltesignal. Das kommt jetzt hier hin. So, und dann brauche ich ein... Zugssignal. So, das heißt, er kommt hier rein. Ja, wie auch immer, Freunde. Ich werde in der nächsten Folge hier noch so ein bisschen rumtüfteln. In der Hoffnung, ich kriege das zusammen. Ich glaube, das Grundgerüst haben wir schon mal geschafft. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.